Hahahaha Der Klassiker Junge, was ist denn auf einmal mit ihm los? Jo, was geht? herzlich willkommen zu diesem neuen Video Mit dabei ist Ehrenbruder Weif Ehrenbruder Weif, melde dich Moin Meister Angetreten zum Dienstkollege, SohnDeg Warte, warte, wurde ich gerade nicht beleidigt Du wurdest mal nicht beleidigt, dass ich weil es ist nämlich Viertel vor zwölf in der Nacht Ich habe es gerade gestreamt und Ehrenbruder Weif nimmt sich jetzt noch Zeit für mich aufzunehmen Das ist schon Weil du gesagt hast, wir nehmen wenn ich du wäre auf Und jetzt nehmen wir es doch nicht auf Weil mein Fortnite da irgendwie nicht so funktioniert Wie sollte, habe ich gerade Leute, ich würde sagen, wir schauen uns heute eine absolut Geile Runde von besten Trimax TikToks an Und zwar nicht die Trimax selber macht, sondern die Sachen Die Trimax erspielt hat und also einfach nur Leute, es sind einfach massiv Geile Trimax TikToks, ich würde sagen, wir schauen da mal rein Momentan einziger Content, den es gibt in Deutschland Bevor ich dann im Januar komplett neu anfange Lukas, bist du bereit? Perfekt, ich auch, let's go, 3, 2, 1 und go Wie viele Items passen in eine Doppelkiste rein? Das wisst ihr auswendig, das weiße Minecraft-Fieler auswendig 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal 9, 6 mal 9 Sind 36 Ganz genau Was nicht einfach zu öffnen, Micky? Achso, du musst doch warten auf uns Ja, zieh, Wilfers, ich zieh Ich zieh, ich zieh, ich zieh Fuck, ich habe gezogen Walkout Schneid euch schon mal an Ich hole mir die 100 Euro Portugal, Sturm Ritmo Nein, der hat Rundleidung gezogen Oh mein Gott Ihr seid so Ihr kennt diese Spiele nicht Digga, man kann das Spiel nicht, wenn man nicht 10.000 Euro investiert hat Genau so spielt man das Spiel Genau dann kann man es nämlich Ihr seid so dumm Ihr werdet immer wieder gegen mich Ihr müsst doch mal merken und begreifen Dass es keinen Sinn hat Ein Paddray gegen mich zu machen Jürgen ist ehrlich, muss ich direkt überweisen Achtung Oh ja, Mann Weißt du, ich sehe Leute Und dann sehe ich sie 15 Jahre nicht Und dann sehe ich einfach 15 Jahre älter Nein Da fragt man dich Da fragt man dich wirklich Wie ist es dazu gekommen? Und was hast du beim Zoom-Meeting gelernt? Das Zoom-Meeting? Hey Jürgen, du übersteuert ihr alle Hört sofort auf damit So kann man sich nicht unterhalten Hallo, hallo, lasst es sofort bitte Hört bitte auf Hört, seid bitte ruhig Aber Alle haben Rift gewohnt Die Seite vom Grillscreen ist viel heller Das ist Tageslicht Absolut eklig, oder? Ihhh, Alter Kennst du das auch, wenn du Tageslicht bekommst Und dann, äh, man muss einfach kotzen Bleh Genau Ich finde es geht einfach nicht Alter, Max, bleib mal kurz stehen Darauf trinken wir Hier, komm, darauf trinken wir Trinken wir Und dazu habe ich heute einen TikTok hochgeladen Aua Aua, hallo Mein TikTok-Kanal in der Beschreibung Max Max, hör mal auf Godmode, guck mal wie gut der spielt Ich wehre mich nicht mehr Hör mal auf jetzt bitte Komm Let's go, Ravy Wie schmeckt dir das? Du hast mich 500 Mal in Meitschaft umgebracht Und jetzt bin ich mal vor dem Netherite Da kannst du dir deine Diamond-Armor im A** schieben Äh, juck Digga, ist so lust Guck mal, der meint das voll ernst Der meint das vollkommen ernst Heute habe ich ihn einfach umgebracht Und der hat einfach weitergespielt Das wäre nichts gewesen Holy shit Was ist denn jetzt los? Das war ein Hinterhalt Das war eine Falle Was denkst du denn? Du trittst eine Falle rein Und merkst es noch nicht mal Digga, das war ein Hinterhalt Das war gar nicht Schön mal auspennen Bis halb zwölf Ich war um neun wach Und habe drei Stunden aufgeräumt Und ich habe Fessel gemacht Und die Spülmaschine Und ich habe so Menschenaufgaben Digga Ekelhaft Wer macht sowas? Real Talk Ja, du nicht Du hast ja deine Freunde Richtig Moin, grüß dich raus Keiner will dich sehen Du Hobbyloser Fettsack Ich habe mein erstes Handy mit 13 bekommen Und das konnte noch nicht mal Damit konntest du noch nicht mal telefonieren Was ist das für ein Handy? Ähm, meine Frage wäre Was ist das für ein Handy? Das war eure schlimmste Strafe in eurem Leben Die ihr je bekommen habt Ich hatte am Silvester Den, ähm Briefkasten von meinem Nachbar gesprengt Was auch dumm ist, wenn du dein Nachbar bist Ja, absolut dumm Das war ein relativ hochwertiger Briefkasten Ja, und Und, äh Er hat mich dabei auch gesehen Und der war sau teuer Und zuerst war auch die Polizei verständlich Aber dann halt nicht mehr Deswegen gab es keine Anzeige oder sonst was Hä? Er hat sich dann sogar netterweise Einen günstigeren Briefkasten Einen als vorher Aber den musste ich halt Zahlen Und meine Eltern waren auch ultra pisst Sau dumm Natürlich Ja, danke Super Alles klar Alles, alles super Alles normal Das ist ganz klar Selbstverständlich Ich habe nie die Klassenarbeit geschrieben Rebus ist full mute Der muss sich bei seinen ganzen Subs verdanken Ich gehe auch full mute Ich bedanke mich kurz bei deiner Mom Für gestern Abend Digger, warum ist der so savage geworden? Wann ist das passiert? Das liegt nicht am PC Wie lost bist du? Du Armer Oh mein Gott Doch, natürlich liegt es am PC Nein, die Lobby ist doch Loop Lobby haben auf der Playstation Und nicht so viel Spaß Oh, der war Lass die Playstation Nee, Playstation ist Schrott Mann, du bist so eine FPS-Hu**e geworden Digger Wie unverständlich Ich meine, Bro Er spielt einfach auf einem Ding Was deutlich besser ist Und hat damit mehr Spaß Das ist weird, oder? Haben die auf TikTok eigentlich viele Klicks? Die ganzen TikToks? Ich glaube eine Menge, ja Dieser Clip ist so legendär Schaut es euch an Das ist nichts Es ist Einfach clean Mega Das ist vielleicht noch besser als meine Imposter-Runde Jetzt kann ich auch nur im Frieden sterben Das war's Auf welcher X-Koordinate bist du Max gerade? Äh, ich weiß nicht genau Aber was ist denn Welche X-Koordinate hat denn das Bett deiner Mom? Junge, was ist denn auf einmal mit ihm los? Schlechte Jones, Junge Oh no, ist der Strobel Der Klassiker Ist der Strobel, alles klar? Alles klar Das war einfach echt der Klassiker, aber dafür reicht's Da hat jemand brutal die 90s gefleckt Der ist so dumm, der Junge Der ist so dumm, der ist so dumm, Alter Der ist so gut, aber es ist so gut Sobald ich in Walkouts zieht es mein Gehirn aus Und ich kann Walkouts Was ist das? Die hab ich noch nie gezogen, wer ist? Ah, ja Scheiße, Scheiße Oh mein Gott Alter Ich hab die Broca durchgespielt Okay, krass Das war krass Was kann das denn sein? Wie unlogisch Warum ist das so? Nee, gar nicht unlogisch Normalerweise essen wir jetzt Mittag Um 200.30 Uhr Nein, nein, nein Ich hab gestern Abendbrot gegessen Das reicht ja auch Die anderen sagen Trimax ist cringe, seine Fans Ob ich TikTok kenne? Ja Ach, selbstverständlich Ja, ich muss kurz eins machen Ja, mach mal fix nen TikTok Das ist ganz nice Ich hab dir gerade den echten Trimax Gefunken Einfach zu heftig Und wenn ich die Runde gewinne Kriege ich 100 Euro Und nimm dir gerade 1000 Anfragen Null Sehr geil, Alter Brauchen wir hier einen Block hin? Das war's, das war's, das war's Du bist tot Oh mann Ja, jetzt drehen die und ich kann nur noch unscharf sehen Oh, nicht geblinzelt Das ist ja so dumm, ne? Wie kann man vergessen zu blinzeln? Lukas Wie kann man so dumm sein, du vergesst zu blinzeln? Blinzelt ja nicht automatisch Warum blinzelt man? Jeder Mensch macht das Das heißt, Fiene ist die zweite, der zweite Imposter Boom, Fall gelöst Sie sagt, okay Das hab ich gerockt Jetzt mal hauen wir Fiene raus Ja, Tobi, danke an der Stelle für diese Kombo Für diese Collaboration Äh, du weißt schon, was ich meine, Bro Schaut auf jeden Fall gerne über Trimax und Vive vorbei Wenn ihr mehr lustige Sachen sehen wollt Gibt's das da auf jeden Fall nicht zu finden Lasst einen Daumen nach oben da Schaut jetzt mal einen Stream, der jetzt läuft Und ich bin an der Stelle raus Doppel und dreifach Haut rein, bis zum nächsten Mal Und tschüss Outro